Einen brandneuen Katamaran übergab Innenminister Boris Pistorius an den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Das Boot soll die Bergung von Kampfmitteln, die noch in der Nordsee und den Flüssen liegen, deutlich erleichtern. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass wenn Sie mit dem Boot rausfahren immer erfolgreich sind, das abholen, was Sie abholen wollen, sauber, sicher und dass Sie selber vor allen Dingen immer wieder zurückkommen. Das wünschen Ihnen von Herzen und wünschen Ihnen Allzeit. Erste Einsätze hat das Boot bereits hinter sich. Nach der Übergabe konnten sich die Anwesenden ein Bild von den Funktionen machen. Die Spezialanfertigung kann auch in Flachwassergebieten im Wattenmeer und in Flüssen eingesetzt werden. Eine absenkbare Bogenplatte ermöglicht eine leichtere Bergung von Kampfmitteln. Der Katamaran wurde in der Schweiz gefertigt und ist für Einsätze bis Windstärke 7 zugelassen.